Verdammt! Die Waffen weg! Ihr habt keine Chance! Vielleicht nicht. Aber wir haben Geiseln! Gnade, Meister! Bei drei gehen wir rein. Eins, zwei... Einen Schritt weiter und es stirbt jemand. Halt! Halt! Wir müssen verhandeln. Was fordert ihr für das Leben der Geiseln? Kauf uns etwas Zeit, Geralt! Wir haben eine Forderung. Zieht euch aus dem Auktionshaus zurück. Du weißt, das können wir nicht. Ihr könnt. Ihr wollt nur nicht. Ich kann ja auch eine Geisel töten. Tut, was sie sagen! Bitte! Beruhigt euch! Niemandem passiert was. Klar? Die Klosbrühe. Sobald ihr eure Männer hier abzieht, leben alle glücklich bis an ihr Ende. Ich wiederhole, das ist keine Option. Wir müssen aber zu einer Einigung kommen. Erzähl mir einen Witz. Irgendeinen. Aber lustig. Wie, was? Das ist doch... Dir kommt ein Tipp. Kostenlos. Alle weiteren Kostenmassen. Und zwar das Blutunschuldiger. Wenn du mit Geiselnehmern redest, sag niemals Nein, Nicht, Kein, Aber oder Vielleicht. Klar soweit, Reginalt? Ich heiße nicht Reg. Ah! Du... Du darfst nicht... Nichts sagen! Siehst du, der hier hat es auch kapiert. Und wenn ich dich Reginalt nennen will, dann tue ich das. Klar? Ja. Klar. Wunderbar. Also, lass den Witz hören, Reginalt. Und hoff bloß, dass ich ihn lustig finde. Kommt eine schwangere Elfe zum Bäcker und sagt, ich bekomme ein Brot. Da sagt der Bäcker, da wird der Papa aber Augen machen.